Hey, ich bin's, das Kältchen. Und das ist der Theresienturm, der letzte original erhaltene Hochbunker seiner Bauart in Deutschland. 1940, ursprünglich für das Militär gebaut, bot er während des verheerenden Luftangriffs auf Heilbronn am 4. Dezember 1944 über 1000 Menschen Schutz. Seit 2019 kannst du dank der Bürgerstiftung durch Führungen selbst erleben, wie sich das damals wohl angefühlt hat.